Du kannst doch was anderes sagen, außer hallo. Was sagt man denn da? Keine Ordnung. Servus! Was sagt man, wenn man nicht hallo sagt? Hallo und herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und... Dem Maxe. Dem Maxe. Und einer neuen Buchrezension für euch. Heute ein Manga und zwar Gigant und den feiert der Maxe so sehr raus, dass er euch unbedingt davon erzählen muss. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den so sehr mit zugekniffenen Augen rausfeiere, aber der ist schon... Also ich mag den Autor, der Mangaka von Gigant ist Hiroya Oku und einige könnten den vielleicht kennen von Gans zum Beispiel oder Inu Yashiki hat der gemacht. Das ist ein Sci-Fi-Mangaka und Gans ist relativ bekannt auch. Und ich habe halt den Namen gelesen und hatte... Habe auch vorher schon mal von diesem Manga gehört oder habe zumindest das Cover schon mal gesehen, war im Comicladen und habe gedacht, ach ja, wenn jetzt hier schon die ersten beiden Bände stehen, nimm es halt mal mit. Weil ich auch ganz gelesen habe und wusste, was mich erwartet sozusagen. Und ich war dann doch relativ positiv überrascht, wie viel A, der Mangaka quasi aus der selben Sci-Fi-Idee, die er immer hat, rausholen kann oder aus ähnlichen. Und wie der ganz unterschiedliche Sachen in diesem Manga zusammenbringt, von denen man nicht dachte, dass sie zusammenpassen. Zwei Gedanken. War das dann eine dieser... Also erstens war das dann eine dieser Love-Stories, wo du einfach im Laden warst. Du hast das gesehen und dachtest, ja, ist ja von demselben Autor wie das andere. Das feiere ich und es war sofort geil. Ja, ich würde sagen, das hat mich am Anfang sogar mehr angesprochen, weil es ein sehr komischer Einstieg in die Geschichte ist. Weil das erzähle ich gleich bei der Inhaltsangabe, weil es ist eine komische Mischung und deswegen hat es mich vielleicht so begeistert. Dann fange ich mal so an, weil wir jetzt hin und wieder schon oder halt öfter die Parallele oder den erwähnt haben, das er auch ganz gemacht hat. Bei Gans spielt ja der Tod eine ganz große Rolle, weil da die Hauptfiguren sterben und dann so eine Art Spiel spielen müssen. Kurz zusammengefasst. Ist das bei Gigant auch so? Nein. Ah ja. Worum geht es in Gigant? Gigant ist darum... Pass auf. In Gigant geht es um einen Schüler, der heißt Ray und dem sein Vater ist Filmproduzent. Und er selbst ist ganz großer Filmfan und der Oku, der Autor, hat auch ganz viele Querverweise auf Marvel und Kino und generell eingebaut. Gehe ich später noch drauf ein. Der eifert auf jeden Fall seinem Vater nach und würde auch gern Regisseur werden. So, jetzt hat der eine... Er hat eine Vorliebe für Pornos. Und hat eine Vorliebe für eine ganz bestimmte Darstellerin, die heißt Papiko. Und er ist großer Fan von der und die ist auch relativ bekannt. Vor allem durch ihre extrem große Oberweite. So, jetzt stellt sich heraus, dass diese Papiko, die er so toll findet, bei ihm in der Nähe wohnt. Und er lernt sie kennen. Und die beiden finden dann irgendwie so ein Zueinander. Sie ist Pornodarstellerin, er ist ein ganz normaler Schüler. Und dann gibt es zeitgleich auch noch eine Internetgruppierung, die nennt sich ETE, Enjoy the End, wo du als normaler Typ bei denen auf der Webseite für Sachen abstimmen kannst, die dann passieren, die total abstrus sind. Ich glaube, beim ersten Mal regnet es Kacke. Da konnten die Leute dafür stimmen, dass Kacke regnet. Und es regnet halt wirklich Kacke. Also, bis dahin hätte ich gesagt, das klingt wie der Anfang von einem Hollywood-Thriller. Aber einem B-Movie-Thriller vielleicht. Und das schraubt sich immer weiter hoch. Und zwar greift dann auch tatsächlich ein, ein Gott sei, Zerstörung heißt es im Manga, halt so ein Riese greift dann Tokio an. Und dann hast du wieder dieses typische Gans-Feeling, wo dann irgendwelche Viecher irgendwie angegriffen werden und dann vernichtet werden müssen. Diese Papiko zum Beispiel, die trifft jemanden, von dem kriegt sie ein Gadget, mit dem sie größer werden kann. Das heißt, es greift dieser Gott der Zerstörung an, wofür die Leute gevotet haben im Internet. Und ich glaube, am Ende sterben, glaube ich, eine Million Menschen oder so. Und sie kann den halt quasi als einzigen in Anführungszeichen abwehren, indem sie halt ganz groß wird und mit dem halt fightet. So ein bisschen Godzilla-Style-mäßig. Und dadurch wird sie aber bekannt. Da ist auf einmal diese große, nackte Frau mit diesen riesen Brüsten, die gegen dieses Viech kämpft. Und dadurch erlangt sie halt ungeahnte Bekanntheit, was sich auch wieder auswirkt auf diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Freund. Und sie wird dann sozusagen zu so einem nationalen und internationalen Superstar, weil sie sieht gut aus und sie hat dieses Monster vernichtet und so weiter und so weiter. Und es wirkt wie ein ganz komischer, kruder Mischmasch, weil es erzählt auf der einen Seite natürlich eine ganz kleine Geschichte zwischen einem Typen, der eine Pornodarstellerin kennenlernt und sich in die verliebt. Und sie verliebt sich auch in ihn. Und auf der anderen Seite aber auch so eine Geschichte von ein riesiges Monster greift Tokio an. Und auf irgendeine seltsame Art und Weise geht das unfassbar gut zusammen. Die ist auf jeden Fall auch nicht schlecht wahrscheinlich für die Dame, für die Verkaufszahlen, wenn da die Stadt gerettet wird. Von einer großmusigen Frau, witzigerweise hat in einem, das steht in einem, ich glaube im ersten Sammelband von Gans, auch von Crosskull übrigens, steht hinten drin in einem Interview, dass der Mangaka einfach gerne große Brüste zeichnet. Und deswegen haben seine Frauen in der Regel große Oberweiten. Und das lebt er halt immer wieder aus. Da ist er glaube ich nicht der einzige Mangaka. Nee, aber da ist es tatsächlich so, ich finde da passt es auch. Sie ist eine Pornodarstellerin und dann kann man da auch ein bisschen den Fokus drauflegen. Das stört mich auch nicht. Es ist auch, es hat, du hast dann auch Sexszenen zwischen den beiden, die natürlich ab 16 also nichts irgendwie total Versautes. Aber die werden schon ausgelebt, sag ich mal. Und du bist dann auch so ein bisschen dabei und hast so ein bisschen, so ein bisschen voyeuristisch ist das schon. Aber in Anbetracht dessen, dass die ja quasi verliebt sind, passt das schon. Wenn man Gans kennt, dann weiß man ja, dass das, also das lief damals auf MTV und das kam mir dann immer ein bisschen erwachsener vor, ein bisschen düsterer und ernster. Und jetzt haben wir das gerade so ein bisschen, ich sag mal, belächelt oder wie wir es erzählt haben, klang das ein bisschen ironisch so. Oder ist es quasi, da kämpft die große Frau gegen Godzilla und U-Riesenbrüste etc. Aber ich glaube, oder ist es so, dass es bei diesem, wie soll ich sagen, bei dem Manga, dass er sich trotzdem sehr ernst nimmt. Das ist nichts Ironisches. Ja, wie soll ich das sagen, ja und nein. Nein, er nimmt es sich sehr ernst, weil das, da greift so ein großes Viech Tokio an und es geht darum, dass Menschen sterben. Gleichermaßen, was der, was der Mangaka immer macht in seinen Mangas, der, du kannst, wenn du die liest, das sind immer so Zeitkapseln aus der Zeit, wo sie geschrieben wurden. Und der bringt zum Beispiel echte soziale Medien in seine Geschichte rein, wo du dann auch manchmal nur ein Panel hast, wo du dann halt so wie bei Twitter halt so die Kommentare siehst, wo die Leute sich drüber lustig machen. Haha, guck mal, wie große Titten die hat, hahaha. Und obwohl sie eigentlich gerade die Stadt rettet. Das heißt, der, der, der setzt es immer so ein bisschen gegenüber. Der bringt diese, diese Nähe zur Realität und diese Gefährlichkeit von Social Media auch rein. Also am, am Anfang ist es, ist es auch so, dass die die erstmal alle auslachen und dann auch feiern die auf einmal alle das Internet, die, die Papiko, weil sie halt Tokio gerettet hat. Und dann gibt es auch eine Szene, wo der, wo du bei der Hauptfigur bist und du weißt nicht, ob diese Papiko gerade noch lebt, weil es halt wieder einen Angriff gab. Und du siehst dann nur, wie er quasi in den sozialen Medien liest, wie die Leute sagen, ah, die ist tot, nein, die ist doch nicht tot. Und du fieberst dann quasi mit dem mit, weil du nur passiv durch diese sozialen Medien die Infos kriegst. Und der setzt die extrem geil ein in dem, in dem Manga. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, die Story wird quasi nicht durch, nicht durch das Vorortsein erzählt, sondern durch Erfahrung, nicht Erfahrungsberichte, durch die Medien. Durch die sozialen Medien, nur in diesem einen speziellen Kapitel, also nicht immer. Aber so, der bringt die quasi die sozialen Medien immer wieder rein und schafft dann auch so einen Spiegel unserer Gesellschaft, ne, wo auch ganz schnell irgendwas rausgefeiert oder rausgehasst wird. Ist die Story eigentlich schon vorbei? Nee, wir sind gerade bei, ich müsste lügen, Band 6, glaube ich. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Bände es gibt, aber es gibt nicht so arg viele. Ich glaube, 8 oder 11, also nicht so wahnsinnig viele. Okay, und diese Seite interessiert mich, wo die Leute abstimmen können, ob irgendwas passiert. Erfahren wir, wer hinter dieser Seite steckt und wer macht dann diese Sachen? Noch wissen wir es nicht. Okay, aber diese Frage, stellt die sich? Ja, ja, du kriegst auch oftmals dann die Medien mit, also wie die Leute dann, die Familie von dem Rei zum Beispiel Fernsehen guckt und dann sprechen sie darüber, wer sind diese Seite, wer steckt da dahinter? Also in den ganzen Mangas von diesem Mangaka spielen die Medien immer eine große Rolle, sodass du das Gefühl hast, das betrifft nicht nur in der kleinen Blase die Hauptfiguren, sondern in dem Fall ganz Japan. Ah ja. Und wenn du das anzeichnet hast, hast du da halt wirklich das Gefühl, es spielt in der echten Welt. Und das ist total cool. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn Comics zu realistisch sind, dass ich sie nicht ernst nehmen kann, weil es mir so vorkommt, als würde man mir das Leben vorgaukeln. Ja gut, das kommt natürlich darauf an, ob man das mag, wenn du sagst, du willst irgendwie so aus der Realität fliehen und willst das gar nicht, dann ist das nichts für dich. Aber ich finde das halt ziemlich clever, wenn auf einmal da der Shinzo Abe ist, der irgendwas erzählt zu irgendeinem fiktiven Ereignis, dann denke ich mir, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie echter an. Der Oku, der das gezeichnet hat, scheint auch selbst ein großer Filmfan zu sein und der lebt sich dann so ein bisschen durch die Hauptfigur aus. Also in dem letzten Band, den ich gelesen habe letzte Woche, unterhält sich der Ray mit einem Klassenkameraden darüber, dass der Martin Scorsese Marvel-Filme ja voll scheiße findet. Du liest es in diesem Manga und du weißt, dass es da, keine Ahnung, vor einem halben oder dreiviertel Jahr mal so eine Aussage von dem gab. Und du verstehst, dass da irgendwie die Realität mit reinfließt. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Vor allem, weil sich das wahrscheinlich, was er da sagt, ganz viele auch so gedacht haben. Ja, also das ist einfach ziemlich cool. Es ist wie so eine Art, wie soll ich sagen, also würdest du eine Erde oder ein Tokio oder eine Geschichte aus einem Paralleluniversum erleben, wo halt was anderes passiert ist. Trump ist trotzdem Präsident, aber es greifen halt auch Viecher die USA an. Also es geht dann um die ganze Welt und das ist irgendwie ganz cool. Was sind das für Mangas? Sind das so kleine, ich sag mal Dragonball Mangas oder sind das die fetten Bücher? Nee, nee, das sind ganz normale Manga-Bände. Okay. Das Coole ist halt auch, dass das so eine weltumspannende Geschichte ist und dann geht es darum, die Welt zu retten und sowas. Es geht aber auch um die Figuren selbst. Also diese Papiko ist nicht nur irgendwie eine Tussi mit großen Brüsten, die Pornos dreht, sondern da geht es auch darum, dass sie zum Beispiel von ihrer Familie verstoßen wird und die aber trotzdem Geld von ihr wollen, weil sie erfolgreich damit ist. Da geht es auch, also das geht schon tiefer. Das ist nicht so wie, haha, der Typ wichst sich einen auf die ab und die ist Pornodarstellerin und dann greift ein großes Monster an, lalalala. Aber da tauchen dann auch ein paar andere Typen aus der Zukunft auf, die nur irgendwie in Feinripp-Unterwäsche rumlaufen, die total muskulös sind und dann auch so Baseball-Helme aufhaben. Und was total weird ist, der bringt so viele komische Sachen zusammen, die passen aber alle zusammen. Für mich ist das Spannendste aber jetzt bei allen den Sachen, die ich gehört habe, immer noch diese Homepage und dass man dafür voten kann, was passieren soll, weil ich mich frage, wer hat diese Homepage aufgezogen und wer sind diese Leute und warum können die das? Das wäre für mich schon, ehrlich gesagt, ausschlaggebend, mich damit zu beschäftigen mit der Serie. Ja, ich kann dir auch nur empfehlen, es geht nicht hauptsächlich um die, also es geht schon um die und die Frage wird sich gestellt, aber es hat vielleicht sogar noch ein etwas größeres Augenmerk auf die Beziehung von den beiden. Sodass du halt auch wirklich das Gefühl hast, okay, das sind echte Personen, das sind nicht nur Abziehbillchen, er ist nicht so nur ein doofer Schüler und sie ist nur eine Porno-Darstellerin, sondern die Beziehung von den beiden wird auch ausgeleuchtet. Na dann, leuchtet mal aus und wenn ihr seht, dass die Vögel wieder tief liegen, dann nimmt Regenschirm mit, denn es könnte scheiße regnen. Also Gigant von Hiroya Oku ist durchaus sehr zu empfehlen, wenn man offen ist für ein bisschen Weirdness und Coming-of-Age. Musik